Also, wir haben hier zwei formschöne Wände. Moment, wie komme ich jetzt hier überhaupt wieder weg? Äh, im Zweifel so. Gut, ich habe keinen Plan, was ich da unten will. Was brauche ich eigentlich noch? Jetzt soll ich das mal. Als Frage. Wenn ich da drücke, komme ich da wieder raus. Aber ich habe doch bis jetzt hier gar keinen Zweck erfüllt für mich. Der Zweck wäre doch, diesen Kubus da zu kriegen. Da muss ich mich da aber irgendwie reinkatapultieren. Besten mit dem Ding hier. Muss mich da reinschleudern. Da meine Hüpf-Skills sehr lame sind, muss ich mich da reinschleudern. Also muss ich da runter springen, um Schwung zu kriegen. Und zwar muss ich hier drauf drücken. Dann geht er hoch. Bums. Und dann muss ich mich da rüber schleudern mit dem Ding. Muss also in der Zwischenzeit da hochkommen und dann da drauf springen. Und dann muss Portal 2 auf dieser Wand sein. Das heißt, ich kann jetzt Portal 2 da hin machen. Ich drücke hier drauf. Geh. Wie? Wenn sie sich bewegt, muss ich es neu machen. Das ist ja doof. Boah, jetzt habe ich hier das Scheiße. Bin hier gerade an die... Oh nein, jetzt bin ich an die Halterung gekommen. Das war jetzt ganz scheiße. Ach nee, komm jetzt halt doch mal bitte noch kurz, bis wir fertig sind. So, jetzt habe ich hier gerade halt keine Popschrits mehr. Gut. Ich zerlege hier schon mein ganzes Setup. So. Jetzt. Portal. Ja. 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 So. Jawoll. Jawoll. Jawoll du. Dat geht du. Dat geht du. Boah. Ui. So. Das war jetzt mehr Glück als Verstand. So. Ha. Achso, jetzt muss ja wieder da runter. So. Und das Ding befördern wir dann da durch. Ja. Ja. So einen weiteren... Gues. Komm ich schlau bis jetzt mal ran. Weiß nicht. Vielleicht öffnet er sich später nochmal. Vielleicht muss ich nachher nochmal hier her. Genau. Gut. Nein. Einmal und zweimal. Ist ja egal. Nein. Halt. Mann. So. Ne. Mann. Ich kann das... Hey. Ich kann das... Danke. Und das würde ich dann gern... Toll. Dann haut es mich hier aber raus. Hey. Wenn ich hier runter... Ne. Mach das so. Dann so. So ist es doch angenehmer. Wenn es mich nicht durch die Gegend haut. Oh. Alter. Was ist das denn? Junge. 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 Eigentlich glaube ich schon. Die wollen mich verarschen. Es. Nein. Mach mich nicht kaputt. Wow. Ich komme da auch nicht mehr zurück. Toll. Ah. Warte mal. Wuhu. Pass auf. Wuhu. Wuhu. Schaukelt sich das hoch? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wuhu. Nö. Alter. Ist das geil oder ist das geil? Wuhu. Wuhu. Moment mal. Wenn ich jetzt aber hier das Portal weg mache und dann hier auf den Boden klatsche. Dann ist der Schwung weg. Den ich mir hier erkämpft habe. Das heißt, ich muss Portal 1 umsetzen. Also das Grüne und dann da. Also das Blaue meine ich. Das Grüne. So. Ja. So kann man arbeiten. Ähm. Jetzt müssen wir drauf das. Und dann das Orange. Hahahaha. Wuhu. Orientierungsprobleme. Okay. Jetzt müssen wir das Orange, ne? Da drauf. So jetzt. Wuhu. Alter ist das. Wuhu. So jetzt bin ich auf dem Oberen. Wuhu. Nein. Genau das darf nicht passieren. Genau das darf nicht passieren. Scheiße. Ah. Gewettet. Oder? Ach Gott. Das wird mir doch bescheuert. Ah Mann. Ich lasse jetzt mal die Kamera in Ruhe. Bleh. Alter was? Was geht doch? Bleh. Warte mal. Ich muss. Hä? Äh. Alter. Ich werde gerade bescheuert. Was ist das denn? Äh. Das reicht doch gar nicht. Boah. Vergiss es. Warte mal. Ach. Lass mich doch mal kurz in Ruhe. Lass mich. So. Ähm. Ich brauche mehr. Mehr, 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 mehr. Ich muss nur noch zu diesem hier oben. Und das kriege ich nur, wenn ich da raufballere. Am besten ganz weit da drüben. So. Und das kriege ich mit möglichst viel Schwung. Wie ist das? Ist das, ist das, ist das machbar? Ja, ist es. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Boah, Freunde, das ist ja schön und gut hier, ne? Aber, alter, ich bin gerade, äh, mein Kopf ist gerade minimal matschig geworden, weil das zum Angucken, uah, also das, uah, jetzt bin ich wirklich, äh, hab ich eine Matschebirne. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Also danach bin ich garantiert fertig, ähm, soviel ist klar. So, bäms, 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 bäms. Achso, da gab's, au, da darf, au, da darf ich gar nicht. Oh, das darf ich. So, das, äh, war ja jetzt als Aufgabe noch verschmerzbar. Was ist denn für ein Idiotenkonzert? Naja. So, wie sieht's denn aus mit den Galeria Kaufhof-Tabletts? Wie sieht's, äh, wie? Wie? Hey, gibt's nur eins? Wow, das dauert jetzt fünf Stunden, bis es wieder zurückkommt. Ist das so? Dann üb' ich mich mal in Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Oh, nö. Aber das geht bis da hinten und dann kommt ein Neu-Raum. Hä? Nein! Ah, nein, Mann! Ich, äh, warte jetzt hier, dass ich kein Tablet mehr verpasse. Sonst krieg die Krise. Ich muss da nur irgend so'n Scheiß drücken. Nein, jetzt, hey, warte. So. Gut, 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 gut. Heppa! Und? Achso, ja. So. Und? Was? Nein! Äh! Wie asozial ist das denn schon wieder hier? Menno! Leute! Okay, letztes Level. 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 Lade Daten. Hä? Hä? So. Ja, was ist denn das? Hä? Wie kriegen Sie denn... Äh? 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 Ähm. Ähm. Ich hab ja schon viel gesehen. Aber das ist, äh, mir neu. Ja, das wird meine Lieblingsstelle im Spiel. Dü, 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 dü. Ich entschuldige mich, wenn ich ab und zu mal poppe, da ich keinen Popschutz mehr hab. Ähm. Na gut, der integriert, aber der... Naja. Der ist halt da. Zu spät. Also, zu spät draufgegangen. Zu früh gedrückt. Vom Tor zermalmt. Vor allem in der Luft. Lade Daten. Nein, das war... Ah, vergessen wir's. Das müssen wir ganz, ganz spät machen, dass wir grad so drauf hüpfen können. Äh. Und selbst dann weiß ich noch nicht, wie ich mit den Dingern da hinten umgehe. Mit dem Ping da. Und ich hätte heute mal wieder offline gehen sollen, dass ich nicht sehe, wenn die... Was die anderen alle spielen. Was? Oh. Lade Daten. Komm, lade Daten, lade Daten, lade Daten, lade Daten. Lade, bitte, Daten. Lade, bitte jetzt mal Daten. Hm?